Hier die Kapelle Knorkator. Wir unterstützen den Wünschewagen. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Der Wünschewagen ist eine ganz großartige, wundervolle Sache. Dort werden Spenden gesammelt und dann werden den Menschen, die sterben, werden nochmal Wünsche erfüllt. Und wir, bzw. ich habe gerade hier noch einmal das, was gestern kaputt ging, eine Spendenbox gebaut. Da passen tausende Markscheine rein. Denn gestern waren wir sehr erfolgreich und ich bin gespannt, ob der Sonnabend hier heute, warte, ich springe mal kurz ins Loch, Loch. Hier. Ja, warte, steck rein. Ihr müsst ihn hochhalten, damit ihr da seht, ob jemand schummelt oder was rausnimmt. Dem hacke ich die Pfoten ab. Nicht umkippen! Tief im Wald Südamerika, Peru, Kerner von jeder Zivilisation. Zivilisation liegt beim Volk, das man erst vor kurzem fand. Ihre Sprache ist äußerst interessant. Wie auch sonst auf der Welt steht das Gehirn. Ein Symbol für konkret und rational. Mit dem Herz für Gefühl ist es nicht ganz. Wie bei uns, denn dafür steht dort der Schwanz. Schwanz liegt willkommen. 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 Und der Rat der Nationen hat bestimmt, dass man diese Metapher übernimmt. Denn das Herz ist ja doch ein Motor nur. Und der Schwanz hat viel mehr Gefühlsnatur. Seitdem sieht man auf jedem Auto hängen. So ein Schild, wo ein Schwanz für Kinder steht. Aus dem Radio kommt laufend Schwanz die Lein. Und man sagt, Schwanz ist trug beim Tragverein. Und jetzt wird's brennlich. Und jetzt wird's brennlich. Das muss ich ganz langsam machen. Das ist ganz gefährlich. Und jetzt wird's brennlich. Ja, ich geb eine Zeit für Frau mit Schwanz. Und im Fernsehen hat Schwanzblatt viel Erfolg. Man genießt etwas Schwanzhaftes in Aspik. Fröhlich singt, gibt mir meinen Schwanz zu drücken. Und zwar wird mir ganz warm um meinen Schwanz. Weil ich sonst auch ein Schwanzensprenger bin. Schwanz und Wackenrasse sind auch schon auf dem Magen. Denn vielleicht kriegst du den Schwanz in Wacken. Schwanz nicht, willkommen! Komm, mach an hier! Schwanz nicht, willkommen! Du wirst lauter sein! Schwanz nicht, willkommen! Kommt aber näher! Schwanz nicht, willkommen! Nochmal alle her! Schwanz nicht, willkommen! Oh, Mann, was seid ihr koschelig! clothing! Org, wie zwischen dir ist es selbst? Also, es ist unser Kühlschrank... Kommt aus! Kühle, wie beide myzen!